Ihr seid bis 12.50 Uhr, 12.50 Uhr direkt und wenn ihr hier auf dem Boot bei Ihnen kommt, dann beginnt unsere Rückreise. Sie haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit, dass Sie bis zur Stadt oben gehen, direkt hinter dem Boot, wo wir geparkt sind, Einkaufmeile. Was ihr nicht braucht, Badetücher, Handtücher und sowas, können Sie ruhig hier liegen lassen, müssen Sie nicht alles mitschleppen. Wenn Sie sagen, wir haben keine Lust zur Stadt, dann rechte Seite von Bord, linke Seite, direkt wo wir reinkommen, da ist ein kleiner Strand, da können Sie auch baden gehen, wenn Sie wollen.